Vorab die Information, es kann zu Spoilern kommen. Wer also Folge 2 noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden will, der sollte jetzt abschalten. Was war das gestern bitte für eine Warterei? Brutal. Seven vs. Wild Panama hatte Stundenverspätung, aber das Warten hat sich gelohnt. An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an die Jungs und Mädels, die da hinten dran stehen. Es ist nicht wenig Arbeit und man hat es Max auf Instagram angesehen, dass es wirklich brutal war. Die Folge wird heute nicht pünktlich um 18 Uhr erscheinen. Dankeschön, dass ihr das möglich macht und uns den Content liefert. Und was soll ich sagen, der Content gestern war überragend. Seven vs. Wild Panama in Spielfilmlänge. Ich habe es gefeiert, es war brutal gut, es hat richtig Spaß gemacht mitzufiebern und zu schauen, wie die Kandidaten endlich ankommen. Nichtsdestotrotz muss ich als Backseat Survivor ein bisschen laienhafte Kritik üben. Im Vorfeld war das Thema Wasser ja schon sehr groß und ich habe mich wirklich gewundert, wie manche Teilnehmer rangegangen sind, gerade an dieses Thema. Man sieht Sandra Outdoor, wie sie einfach aus einem fließenden Gewässer trinkt. Dann sehen wir auch noch Sascha Huber, der einfach aus einem Gewässer trinkt, das jetzt auch nicht unbedingt 100% sauber aussieht. Das ist perfektes, klares, frisches, fast durchsichtiges Wasser. Aber nein. Es gab aber auch positive Beispiele, zum Beispiel Fritz, der es ablehnt, aus einer Wasserquelle Wasser zu schöpfen. Das hier zu trinken fühle ich gar nicht. Dann haben wir noch Joris, der einfach erstmal nichts trinkt und versucht erstmal Feuer zu machen, um wahrscheinlich das Wasser dann abzuprochen. Genauso Otto, der erst einmal sich eine Kokosnuss besorgt, um etwas zu trinken zu haben. Allgemein war ich eh von ein paar Teilnehmern positiv überrascht. Zum einen Fritz, der wirklich behutsam vorgegangen ist, der mit dem nötigen Respekt vorgegangen ist und auch sehr entschleunigt unterwegs war. Aber wir haben ja die nächsten Tage genug Zeit. Genauso aber auch Otto, der auf einmal seine Geierfreunde gefunden hat, aber auch sehr behutsam umging und man merkt Otto an. Es ist ein bisschen wie Urlaub für ihn. Wir haben zur Auswahl. Dies, dies, dies und dies. Aber mit der nötigen Schärfe. Darüber hinaus hat mich Joris sehr überrascht. Ich war am Anfang noch nicht so überzeugt von Joris, aber je länger ich ihm zuschauen konnte, desto mehr hat er sich in mein Herz gespielt. Und umso mehr merkt man auch, warum er dabei ist. Sein Fachwissen über die Natur ist brutal gut. Wir haben schon die ersten Früchte. Das hier sind sogenannte Lulos, wenn ich mich nicht irre. Und dann gibt es noch Nova, die ich vorher auch nicht so auf dem Zettel hatte. Aber brutal, was die Dame uns da liefert. Unterhaltung pur. Und sie gründet, glaube ich, demnächst ihr eigenes Modelabel auf der Insel. Das habe ich mir aber so rein MacGyver, das Ding. Und diese Frau. Hätte dies gerne. Um bei den positiven Ergebnissen kurz noch zu bleiben. Auch Knossi hat mich wirklich überrascht. Klar, er war am Anfang sehr kaputt und ich kaufe ihm tausend Prozent ab, dass der Kampf mit dem Meer ein großer war und er wirklich kurz vorm Abnippeln stand. Aber wie er dann später vorgegangen ist und wie er sich über die Insel bewegt hat, mal das Wasserthema außen vor gelassen. War das wirklich jemand, der auf der Insel überleben kann? Ihr seht, hier unten ist der Beach. Geht nicht. Coconut Palme. Keine Chance, dass ich da meine Hängematte aufhänge. Und zu guter Letzt noch Sandra Outdoor. Sie hat mich nicht so 100 Prozent überzeugt, aber eine große Bauingenieurin ist sie auf jeden Fall. Kommen wir aber zu dem Thema, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache um Sascha. Er will sich ein Lager bauen, bemerkt auch, dass da ein Baum ist, der vielleicht nicht ganz so toll ist, entschließt sich aber trotzdem dort zu bauen. Wie wir erfahren, ist das ein Sandbüchsenbaum. Und da auch nochmal Kudos an das Team hintendran. Danke für die Informationen, die eingeblendet werden. Die sind wirklich hilfreich und bitte mehr davon. Es ist jetzt pure Spekulation, also das auch nicht auf die Goldwaage legen. Aber es könnte sein, dass Sascha sich vergiftet hat an diesem Baum. Weil der Baum natürlich auch Arsch ist. Ich habe mich schon geschnitten, da blüht ich schon. Und deshalb sein Körper nicht mehr ganz so leistungsfähig ist. Boah, als so ein Shelterbau bist du deppert, ich kann nicht mehr. Und auch im späteren Verlauf, zum Beispiel im Intro, sehen wir, dass es ihm nicht ganz so gut geht. Es ist Spekulation, aber wer weiß, vielleicht hat Sascha sich ja wirklich vergiftet. Was glaubt ihr, sind manche der Teilnehmer vielleicht zu leichtsinnig? Gehen sie zu overhyped an alles heran? Und hat sich Sascha wirklich vergiftet? Das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich über jede Diskussion mit euch.